Noch mehr Partiii Hast du jetzt mit DK Dings zu kaufen? Ja, ich war mit 4 Spielern Ne, ich zeig nur 3, mit 4 Spielern Aber 3 Headset Du musst ein bisschen weiter nach rechts Ich geh mal ein bisschen so und so Mein Gott, jetzt geh doch weiter nach rechts da Klappe da 4 Spieler Sauber Ja Geh mal schön nach oben mal in die Bühne Maut Okay DK's Dschungelruin Mit Bananen Bonus Bananen? Oh die Shit, wir sammeln Bananen DK's Dschungelruin Da hast du auch goldene Bananen gesammelt Die Premiere Das sieht genauso aus wie hier Der goldene Temple Wie hieß das nochmal für die Wii? Abbie von Country Returned? Ja genau, genauso sieht das aus Ja, ja genau, genau Ja Ich möchte was über die Welt erzählt bekommen Einen alten, von ranken überwachsenen Tempel Sammeln Bananen Unglücks Bananen Davon kotzen wir Ja Davon kriegst du durchfallen Oder fangst du vor Du musst zwei Runden auf dem Spielfeld abziehen, um das Ziel zu erreichen Ah, das ist ein bisschen kleiner Sehr frei Okay Ihr könnt die Wii Remote so schütteln, dann kannst du den Würfel beschleunigen Lachen Lachen Ja Das ist 2E1 Oh, Yoshi-cop ist eindeutig erster Ja Yoshi Yoshi Guck mal, der will im Hintergrund. It's unbelievable, eine 2. Ey, ich fang als letzter an, das ist wohl nicht premier. Ich fang als letzter an? Sehr gut. Du fängst als letzter an? Ja. Dann erklärst du uns jetzt mal. Ich fang als letzter an. Boah. Ich fang auch als letzter an. Das ist eine Logik, ne? Geil, hab ich noch nie gesagt. So gut, jetzt reicht. Das hab ich noch nie gesagt, ey. Ist aber Schluss mit lustig. Sauber. Sehr gut. Sonst kommt gleich der Heinz. Kann man, nein, Heinz. Heinz verdreht, oh. Minispiel. Einmal. Komma. Schlagt euch. Kann man vom Kopf? Komma. Auf ihn zu piksen. Der rastgelehrt aus und dann wächst kein Gras mehr. Das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu. Ja, sehr gut. 12 Bananen. Wo hast du einen gescheuert? Hast du einen gequatzt? Ja. Schrei gefälligst Auer. Weil die ihr euch am Schlagen seid. Aber ja. Aber ja. Aber ja. Du musst hier drücken, ne? Sonst... Kann ich nicht. Sondern wir hier vergewaltigt. Was? Oh, wir kriegten hier die ganzen Minus-Bananen. Ich hab überhaupt noch keine Bananen. Oh, schön. Ich bin Minus-Bananen. Du hast ja als letzter angefangen. Das ist geil, ne? Wir trommeln auf den Fässern rum. Was sollen wir denn machen? Hier ein Fass mit unterschiedlich vielen Bananen. Das ist allerdings der Spielführer, der entscheidet welche Spieler... Ja, ist klar. Ich versau mir das also selber. Ja, richtig so. Der Spielführer sollte die Fässer genau im Auge behalten, ne? Ach, dann wechseln. Das wär so ein... Ne? Richtig so. Oh, 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 oh. Ob er das behalten kann, kommen wir halt ihm die Augen zu. Ob? Ich schlach dir in der Fresse, du Mistkerl. Ey, die... Ich guck mal, wie der da rumspackt. Das kann nicht wahr sein. Aber ich weiß aber am meisten so nicht. Ich auch. Ja? Das werden wir jetzt sehen. Da ist so... Ja, 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 ja! Wo ist am wenigsten so, damit ich der weniger kriege? Der darf nicht Werbe kommen! Ach, das ist so egal. Der hat nur auf die weiße geguckt. Der hat nur auf die weiße geguckt. Nee, ich hab's gar nicht gemacht. mal nicht wie der kleine Würfel und so. Ja, gib mir den ganz rechten. an einem dem joshkop jawohl Mario kriegt am wenigsten ja da waren 20 Bananen drin tja, gibt es Minus Bananen ne hör mal weißt du die Game Spannen boah 10, wow das haben wir jetzt ganz normales Feld ganz normales Feld zurück zurück auch noch das ist gut boah was passiert jetzt? jetzt dreht er ab ja gib dem Affen Zucker Spieler 4 muss drücken Spielführer Yoshi A ich hab dir so viele Bananen wie möglich Glücksrad dreh dich Drücker A zum anhalten ja sicher der bescheißt dir wieder hör mal gleich draußen das Spiel vorbei ist ne dann gehen wir mal ne Runde vor der Tür oder was machen wir mal ein nettes Tänzchen ja du fängst an ja fängt das letzte an ach so ja scheiße wie er das letzte anfangen ja krass du doch als erster auf die Schnauze ja das ist nie lustiger Mann hat er nie ganz verstanden? der hat keine Logik scheiße schön hochwirfelt ey ihr müsst durch die Minus Bananen latschen damit halt klar ist ne danke wechsel jetzt ist Yoshi erster jetzt ist Yoshi erster ist der schon wieder dran ey ich sag ja das kann passieren ne da werden wir jetzt ewig stecken der Spiel wird nie aufhören oh Gott oh Gott der spack da rum ne hörst du das? oh ja mach den mal Mann der wird aber auch nicht liegen auf der Decay ne wuhuhuhu jeder gegen jeden jeder gegen jeden das ist das erste Spiel Spieler 3 Überraschung in der Itembox war ein Minispiel versteckt warum 10 Bananen? Schläge? boah nicht schon im Parkour nicht schon im Parkour jawohl jawohl danke das wollt ihr nämlich haben was auch nein mit eins springen mit eins? ja ja dann mach du das mal vor wie man mit eins springt bitte guck mach jetzt guck mal ich bin gesprungen mit eins ja ja nein mit eins ja 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 jawohl hast du einen gequas? ah wirst du nicht sehen Ich bin doch nur Zweiter, weil ich dem Dicken auf den Kopf gesprungen bin. Todes am Weinen. Alter. Seid ihr bescheuert? Ich kann nicht wahr sein. Yoshi! Durch die Minusbananen. Eine 6-Wilze-Würfel. Die ist ganz heiß, wenn man die 6. Ja! Feuer als Riff. Oh. Oh oh, was das wohl bedeutet? Was bedeutet, dass sich das Kaisel-Ding wieder dreht? Nein. Oh, was anderes. Das sieht anders aus. Jetzt klopft er sie aber auf die Brust. Diddy Kong. Oh, iiihihi. Iiiiihihi. Diddy Kong Winnie-Spiel. Holy fuck. Und das ist alles mein Verdienst. Ich glaub, das passiert... Oh, oh, oh. Warte auf den richtigen Moment, um dich aus der bewegenden im Kanonenfässer zu schießen, um so möglichst von anderen zu sammeln, wie möglich Steuerung. Zwei. Wahrgericht, zwei. Müssen einfach nur schießen, oder wat? Iiiihihi. Jetzt geht's los. Muss man merken, wo ich bin. Gott. Oh Gott! Start! Man sollte mir nicht abknallen. Aui! Ende! 27! 27 für den Joschko! Alter. Ja, Mann! Du cheatest. Du cheatest. Ich cheate überhaupt nicht, hab ich gar nicht nötig. Guck mal, Tod ist wieder am Weinen. Ach, kriegt er auch noch die Dinger an. Ich bin nur ein Spielführer. Jawoll! Ich bin da, ne, Yoshi? Nein. Ja. Epic Fail. Ey, der cheatet doch jetzt Erster. Der fängt doch jetzt Erster an. Also kann ja auch Yoshi sein. Ja. Yoshi! Ja, ich bin doch jetzt Erster, weil ich ihn nicht gewinnen werde. Koopa. Ich hab bisher alle gewonnen. Ja, siehst du, also cheatest du doch. Sechs. Na, eins. Naja, fast. Ich vertue mich immer um eins, sag ich doch. Verlier ich wieder alle, die ich bekomme. Ja, fünf, wäre meine. Nicht wieder vor dem Niederspiel, ja, ne? Ach so. Ja, ich darf jetzt hier stoppen. Hoffentlich trifft er alle Minus-Bananen. Jetzt. Jetzt! Nice. War schon gut. Bisschen eher als Usman. Ja, ein bisschen später als es sein könnte. Jawohl, du bist eine Banane hinter mir. Ja. Ab durch die Minus-Bananen. Wie magst du doch? Der Dicke ist. Ja, mach doch ihr. Der Dicke Wario. Hör mal, der hat einen Handschwung drauf. Ja, sauber. Fast geschafft. Ja, wir laufen nur noch im Kreis bei der Map. Schade. Nimm mal schnell, ne? Ja, das ist so kurz. Furchtbar. Oh, oh, jetzt geht's aber los. Sag, du möchtest Geschenke haben. Ich nehm' nix noch rein. Ich nehm' nix noch für ein. Bozer ist wohl kein Firm, da gibt's ja schon was von Ciaro. Bitte sehr, nur für dich. Das wäre aber, ne? Das wäre aber nicht nötig gewesen. Hoffentlich nehmen wir jedes Bowser-Feld mit. Das wird nochmal richtig geil, ne? Jetzt legt er aber richtig los hier. Ähm, jetzt. Ähm, jetzt. Oh, ab. Jetzt. Ich hoffe, den zu pietzen. Ich wollte bei ihm auf A drücken. Das war früher viel geiler, wo wir den Controller rausgezogen haben und dann auf meinen gewaschen haben. Da hat sich irgendwas, äh... Der ist schon okay, der darf passieren. Gott. Oh, der darf nochmal würfeln, ey. Jetzt nur ne Eins. Die zweite RR. Der ist Spielführer, wenn er jetzt nicht in einen würfelt, ne? Dann darf der das aussuchen. Mit den Fässern. Wir bleiben da hundertprozentig wieder stehen. Ja, der darf die Fässer jetzt aber wieder aussuchen. Das heißt, wir müssen ihn ablenken. Jetzt stellt er sich schon hin. Der kriegt gleich einen gepiezt. Das ist immer die Sichtversenken. Echt? Ja, reingesweck. Die kriegt der gepiexte, ja. Ja, mach. Hör mal, jetzt wird sein gepiext. Alle kloppen sich jetzt. Hör an denen die Augen, Flo. Und? Ich krieg die meisten, ne? Komm. Komm, wir können wir das Ding aushandeln, ne? Oh, Mann. Du gibst mir die wenigsten, du Arschloch, ne? Der hat nicht drauf geachtet, wo die meisten drin sind, sondern wo die Minus-Bananen drin sind. Wahrscheinlich, du. Warum gibst du Yoshi die... Ja, Mann. Ey. Ich bin beleidig. Die Kuh-Party-Mini-Ach, äh, die Minus-Bananen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, die Mini-Bananen auch. Genau. Yoshi! Ja, sicher. Hast du ja klasse geparkt. Oh. Oh. Ich muss ja, ich muss den Arschloch rein. Nee, ich muss den Arschloch rein. Nee, ich muss den Arschloch rein. Oh, kein Bowser-Feld für uns. Der gewinnt ja auch noch nie. Der gewinnt das Spiel. Ich wurde ja gerade beschissen. Wurde gerade bekackt. Wechsel! Jetzt ist Yoshi nochmal dran, ne? Nee. Jetzt ist Koopa dran. Haha, jawoll. Halt die Fresse hier. Ja, so ist gut. Ja, wir alle ging jetzt mal nass. Ey, mach raus. Ey, mach raus. Ich hab keinen Bock. Hast keine Lust mehr, ne? Jawoll! Nee, jetzt ist er erst mal auf dem DK-Feld. Jetzt kloppt er sie wieder auf die Brust.